Yeah! Yeah! Wow! Holy shit! Yeah! Wir gehen richtig ab! Yeah! Fick dich, Gebäude! Ich bin ein Little Bird! Hmm... Kurve fliegen? Ja, so macht man das! Komm, wir machen ein Zaltor! Ah! Fuck! Ja! Und damit herzlich willkommen zu Take-on Helicopters! Ähm... Hula-hula-hula-hula-hula-hula! Nein! Zu schnell, zu schnell! Fuck! Einem Simulationsspiel von Bohemia Interactive Das läuft ja der Arme-Engine, aber irgendwie sieht's beschissener aus Hm... Und die Musik ist auch noch gewöhnungsbedürftig Aber ansonsten kann man hier fliegen wie eine Arma Ja... Ja, fürs die Demo auch schon 4 GB groß Aber irgendwie steuert sich der Little Bird ein bisschen unruhig Nun gut... Fliegen wir trotzdem mal ein bisschen rum Heilige Scheiße! Oh! 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 Shit! 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 Das ist das Gefühl Komm, wir fliegen mal nach oben Jetzt hab ich das Gefühl, dass ich also irgendwie ein Schrägler gewinnt, so Tauen wir uns hier mal so und zack! Ja... Komm... Man kann sich hier auch so frei umsehen wie noch mal Was ist denn das hier? Äh... Aha... Was ist das hier? But... Ancient of... Wow! Was ist los? Komm... Runde mit dir! Hat man denn hier noch so? Straight on! Was ist das jetzt? Was hab ich gemacht? Äh... Ich mach den mal genau aus hier War das ein Turbo oder was? So, wir machen hier mal... Landing Lights... Das gibt's hier noch so... Ah, man kann auch Musik ändern Das klingt irgendwie deutsch grad... Was ist hier? Ach, StarTorn Wir haben hier... Throttle Lidl... Man kann auch aussteigen... Nein, man kann auch Open... Hallo! Oh... Oh... So... Swoop! Das soll im Übrigens Seattle sein... Wow... Zettel ist... Sieht großartig aus... So... Ich hab noch der Übrigens drüben öffnen... Da hinten... Schön... So... Jetzt werden wir mal gucken... Was hab ich jetzt gemacht? Irgendwas hab ich gemacht... Er verändert auf einmal alles... Irgendwie... Rounds per Minute sind auch grad abgefallen... Interessant... Wow... Wow... Auto Hover... Auto Hover... Ernsthaft... Wow... Guck mal... Ich kann meinen Stick bewegen... Wuhu... 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 Penis... Penis... Jaaa... Wow... Komm... Was hat der Little Bird so drauf? Yeah... Kleines Ding da... Uiuiui... Der steuert sich aber schon... Echt komisch... Was haben wir hier noch so im Cockpit? Nein... Nein... Nichts Auto Hover jetzt... Ich will kein Auto Hover... Engines Off... Uiuiui... Jetzt geht er ab ab hier... Wow... Jetzt kommt er ganz schön ins Stattern... Was ist los? Was ist los? Ich kann nichts machen... Neun... Neun... Wir stutzen ab... Mayday... Mayday... Neun... Nicht in Familie Hennigan... Fuck... You died... Respawning... Do a barrel roll... Do a barrel roll... So, jetzt möchte ich immer so... Landen... Landen... Das versuche ich jetzt mal... So... Landen... Ich hab keine Ahnung was ich machen muss... So... Dann machen wir das mal aus... Uh... das war ein bisschen hart aufgesetzt... Alles ist wirklich... Alles wie ein Arma... Gibt's ja auch Gear oder sowas... Das wird's witzig... So... Steht in Light... Get in Light... As Pilot... Uh... Ich möchte es jetzt mal ausprobieren hier. Ich habe die Batterien jetzt ausgemacht. Interessant. Er dreht sich immer noch. Aber ich kann jetzt hochfliegen. Wie sehe ich das? Das hat wunderbar geklappt. Jetzt probieren wir mal einen anderen Hegel aus. Das Ding ist ja echt der Hammer. Das gibt es hier noch so. Iron Tactical. Medium. Medium. Medium West. Medium Twilight. Sheriff Department. So. Yeah. Jetzt geht es hier wieder los mit der Ultimate Music. Mal schauen, was wir jetzt für ein Helikopter haben. Ui. Warum zittert der denn so? Ah ja, ein bisschen Jazz. Nee. So ein Flug übersiedel ist schon ganz schön. Ui. Aufziehen wäre mal nicht verkehrt. Warum steuern die sich denn so hastig? Ist man gar nicht gewöhnt jetzt hier. Da brauchen wir ja noch einen Scheiß-Stick. Beweg dich da drüben mal nicht so mit. Was ist los mit dir? Was ist denn dieses TLQ? Auf jeden Fall irgendwas, was unseren Heli zum Stottern bringt. Wir müssen mal diesen Kreis da vorne nur mal in die Richtung lassen. Ah, das heißt ja laut noch. Oh. Oh, oh nein. Komm, 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 komm. Fang dich, fang dich. Ja. Sind doch noch so geklappt. Hallo. Oh, da fahren sogar Autos. Geil, da will ich mal hin. Autos. Fuck, was ist jetzt los? Das habe ich nicht gemacht. Sehr geil. Das Ding fliegt dann auf einmal so. Ja. Alter, wir Sturm oder was? Der Sturm. Ich verstehe auch nicht, warum die sich so unruhig finden. Ah, jetzt läuft es auch ganz flüssig. Jawohl. Sieht zwar jetzt richtig scheiße aus. Ah, was sollen wir machen? Ich will ja schließlich nur fliegen. Oh, da hinten ist ein Gebäude. Da fliegen wir mal hin. Oh, da hinten ist ein Gebäude. Da fliegen wir mal hin. Oh, da hinten ist ein Gebäude. Oh, da hinten ist ein Gebäude. Ich bin ganz schnell geflogen. Oh. 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 Was sind denn das für Autos? Was in AMA funktioniert, muss sie auch funktionieren. Oh, 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 wir sinken zu schnell, wir sinken zu schnell, wir sinken zu schnell. Alter, jetzt bremst doch mal ab. Boah, nein, 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 nein. Ja, ja, komm. Schnauze! So, jetzt weiß es mir ja. Ich würg dich jetzt ab. So. Hey, den Pickup kenn ich, der ist aus AMA. Boah, da kommt ein Toyota Corolla. Ein SUV. Ähm, Pickup. Nochmal ein Corolla. Und ein Golf-Warner, gerade auch. Ich kann mich sogar hinlegen, das ist voll geil. Und ich kann mich sogar rollen, das ist ja wie in AMA. Geil. Aber irgendwie läuft das hier alles schlechter als in AMA. Und ich hab einfach noch nicht nachgesehen. Was ist denn hier los jetzt eigentlich? Ach, hast du dich jetzt mal beruhigt? Jetzt gehst du natürlich aus. Ach. Du Fick! Oh, da geht der jetzt mal raus? Ich hab nicht das Gefühl, dass der ausgeht. Jetzt werde ich die Tür öffnen. Jetzt versuchen wir ihn mal irgendwie auszukriegen hier. Also wir haben hier schon den Fuel abgewürgt. Da hinten auch. Ach, guck mal. Äh, Rotobreak. So, Batterie dann aus. Jetzt müsste der ja eigentlich mal langsam, aber sicher... ...ausgehen. Wenn ich hier so in den Rotor laufe, da kann auch nichts passieren. Wenn ich da so drüber klettere... ...passiert auch nichts. Sag mal, das gibt's doch nicht jetzt. Irgendwie müssen wir den nochmal ausbekommen. So. Also wir haben den Brake drin. Die Batterien sind aus. Wir haben den Fuel weggemacht. Musik ist auch aus. Hm. Sonst ist da nichts mehr. Wir können abheben. Mal, ja. Wie zur Hölle macht man den Helikopter aus. Okay. Ich meine, es gibt ja nicht mehr als das hier. Starter on. Ich will keinen Starter anwachen. Jetzt bekommt er aber wieder einen RPM, glaube ich. Ach nein, guck mal. Jetzt geht er aus. Weil wir im Fuel gegeben haben? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ach, wir haben ihn auf jeden Fall ausbekommen. Okay, jetzt machen wir mal die Bremse weg. Nein, wir machen jetzt nicht Auto on. Das ist nämlich richtig Pussy. So. Motor Brake off. Die sind an. Was ist die Hölle? Sind wir hier bei THX oder was? Gibt es auch sowas wie Ritter-Valkyre? Das ist auch nicht Ritter-Valkyre. Nein. Willkommen bei Take-All Helicopters. Was soll der Rotor dreht sich noch? Okay. Wir brauchen jetzt hier nämlich voll krass. Die Batterien sind an. Wir machen hier Frontline. Yeah. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Und jetzt fick dich. Wir starten die Engines. Und die zweite Engine. Und er kippt Gas. Yeah. Und die Engine machen wir auf full. Full. Der da hinten hört sich noch ein bisschen komisch an. Scheiß drauf. Yeah. Das ist aber voll in die Hose gegangen. Scheiße. Alter, der kackt hier gleich ab, der Bode. Okay. Dann machen wir wieder full. Full. Und start to engine. Start to engine kann ich gerade nicht machen. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Full. Full. Closed. Full. Full. Wir bekommen hier nichts rein. Scheiße. Mhm. Oh, ich weiß, was ich mal. Oh, ich weiß, was ich mal. Auto-Break. Auto-Break. So, was ist da jetzt eigentlich los? Nichts. Ich weiß nicht so genau. Hat sich der Motor festgefressen? Mach mal jetzt an hier. Ich weiß nicht, weil der PC schafft es, den Heli anzumachen. Okay, ich glaube, ich habe den kaputt gemacht. Dann müssen wir kurz Restart machen. Scheiße. Okay. Fuck. Aha. Ich bin nicht in meinem Helikopter. Und da haben wir schon den ersten Bug. Das Spiel will mir nicht mal mehr in meinem Helikopter. Das Spiel will mir nicht mal mehr in Helikopter geben. Und jetzt lässt mich das Spiel auch nicht raus. Äh. Das Spiel ist beleidigt. Das sagt, fick dich. Alt-F4. Ich sage, der Alt-F4. Okay, Alt-F4 funktioniert auch nicht. Ja, da muss ich mal raus. Ich kann es auch so nicht beenden lassen. Naja, okay. Das war es auf jeden Fall von Take-On Helikopters. Wie man erfolgreich Helikopter kaputt macht. Keine Ahnung, ob wir uns in der nächsten Folge sehen. Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann.